Steve Jobs müsste sich eine Reihe von Fragen gefallen lassen. Als er das iPad erfunden hat, war ihm nicht klar, dass er Leuten aus dem IT-Management wie mir reichlich Kopfschmerzen bescheren wird. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag diese Geräte, aber sie haben das Potenzial, Projekte loszutreten, die eine IT-Abteilung lahmlegen können. Beispielsweise hat unsere Führungsetage irgendwann das iPad für ihre Meetings entdeckt. Das war für Notizen so praktisch. Schon nach kurzer Zeit wollte man dann auch die E-Mail- und Kalenderfunktion nutzen, im Intranet surfen und Berichte abrufen. Damit hatten wir unser erstes Überraschungsprojekt. Ein Projekt, für das es keine Ressourcen, kein Budget und keine Planung gab. Gegen den Wunsch aus der Chefetage konnten wir uns selbstverständlich nicht sperren und haben die Geräte an unsere E-Mail- und Intranet-Systeme angebunden. Glücklicherweise war das nicht allzu schwierig. Das Management war begeistert. Die Kehrseite der Medaille? Unsere Chefetage will jetzt auch unsere Vertriebsmannschaft an dem Produktivitätspotenzial der neuen Geräte teilhaben lassen. Unser Vertrieb soll weltweit mit iPads ausgestattet werden und dann in der Lage sein, unterwegs bei Kunden oder Interessenten in Echtzeit auf alle Firmendaten zuzugreifen. Ein unaufhaltsamer Zug hat sich in Bewegung gesetzt, der auf ein unbewegliches Objekt zusteuert. Der unaufhaltsame Zug sind die mobilen Geräte. Sie sind für die Produktivität wichtig und lassen sich nicht mehr wegdenken. Das unbewegliche Objekt ist unser Kundensystem. Es ist Teil der ERP-Anwendung auf unserem Host-Rechner. Als Hersteller hängt unser gesamtes Unternehmen an dieser Anwendung. Und die lässt sich nicht so einfach ändern. Ich benötige also eine Lösung, mit der ich diese alte, aber unternehmenswichtige Anwendung zusammen mit neuen Geräten benutzen kann. Geräte, die sich zudem ständig weiterentwickeln. Die Suche auf Google nach MobileNow brachte die gewünschte Antwort. Die MobileNow-Lösung von AttachMate. Mit der VeraStream-Komponente von MobileNow kann ich iPads oder alle anderen mobilen Geräte in wenigen Minuten an ein ERP-System auf dem Host-Rechner anbinden. Doch damit nicht genug. Ich kann individuelle Oberflächen erstellen und die Abläufe in der ERP-Anwendung an die Anforderungen vom iPad-Benutzer anpassen. Das muss nicht sofort sein, sondern lässt sich auch später noch erledigen. Das Management ist gut auf mich zu sprechen. Schließlich habe ich dazu beigetragen, den Vertrieb produktiver zu machen. In nicht einmal 24 Stunden hatte unser gesamter Vertrieb Zugang zum CRM-System der ERP-Anwendung. Ganz ohne irgendwelche Modifikationen am Host. Anstatt nur reagieren zu können, arbeite ich jetzt aktiv an tablet-spezifischen Erweiterungen. Alles im Rahmen unserer Projekte. Bring Your Own Device wird nicht mehr wegzudenken sein. Bringen Sie doch Ihre AttachMate-Lösung mit. Rufen Sie einfach an. www.attachmate.de Plus 4 9 2 11 5 6 3 1 2 1 0 0 ... ... ...